Wir sind nach der zweiten Wartung und hier Muscheln. Liegen ziemlich genug da. Das ist ein super schönes Umwerk. Hier ist der Schlut. Hier oben kann man auch noch in den Hänge machen liegen. Und hier sind jede Menge liegen. Ist für jeden eine Liege dabei. Hier oben ist dann überschaut, was man alles schön sieht. Und hier oben kann man auch noch liegen. Diese Muscheln kann man sich legen.